Yo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wie ihr im Hintergrund seht, ich hab schon einen richtigen Argenten-Skin am Start. Denn wir werden heute auf Undercover nochmal ein paar andere Spiele in Fortnite so richtig hopsten, Leute. Aber ich hab schon hier gesagt, nicht alleine heute mit Kidman, was geht? Das sieht so geil aus. Oh shit, Leute, ihr seht schon, dein Skin ist jetzt nicht so ganz Argenten. Äh, deine Zunge, äh, ja, äh. Auf jeden Fall, Leute, wir haben uns heute schon einen Plan gemacht, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Wir werden uns ja heute nicht als Boss ausgeben, sondern wirklich als Handlanger. Und davon gibt es ja ein Millionen Stück bei der Agency. Und ich würde sagen, da landen wir jetzt erst mal. Mashallah, gut, das geht jetzt auf jeden Fall. Oh, ja, schon. Da werden wir jetzt auf jeden Fall landen und ein paar Spiele hops nehmen. Aber wie wir das genau machen, Leute, seht ihr jetzt im Plan, ähm, Erklärungsfall. Ihr wisst schon, let's go. Okay, Leute, der Plan lautet wie folgt. Kidman und ich werden genau hier landen. Ihr seht es gerade im Hintergrund bei der Agency, aber nicht irgendwo, sondern genau da, Leute. Denn genau auf dem Ort, beziehungsweise draußen halt auf dem Balkon, befindet sich eine Mülltonne. Nicht die Mülltonne, genau die Mülltonne. Denn diese Mülltonne ist kein normales Versteck, sondern ein Geheimeingang zum Keller von der Agency, Leute. Indem wir uns equipen können, ein paar Metz sammeln. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir genau auf den Punkt von der Map gehen. Denn ich denke mal, die meisten kennen es, Leute, genau da befindet sich eine Telefonzelle. Und genau da gehen wir dann rein, verkleiden uns als Handlanger und kommen raus. Und sehen genau so aus, wenn wir da rauskommen. Ab dann beginnt die Mission, Leute. Wir müssen einfach probieren, dass Spieler denken, dass wir botzeln und sie killen. Ich bin mal gespannt, ob ein paar Gegner an uns vorbeilaufen oder was passiert, Leute. Ich würde sagen, let's go, rein in die Runde. Ihr habt es gerade gesehen, erste Runde. Und wir probieren jetzt einfach mal unser Klick. Erste Runde? Ähm, ja. Ähm, ja. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße, Digga. Bruder, der klatscht mich. Nein, ich bin down. Ich hab keine... Oh, ich will weinen. Ich hab keine Bruder. Ich geh nochmal zurück zur Schule. Huch. Da, ähm, egal, Leute. Wir starten jetzt rein. So, ihr habt den Plan auf jeden Fall gerade gesehen. Digga, das Ding ist, dass wir hier erstmal uns als Bot verkleiden und in Ruhe rumrennen können. Das ist halt so fucking schwer, weil da 10 Millionen Leute landen. Der Agency ist halt einfach auf Real Talk Tilted Towers. Gönnt euch mal, wie viele hier landen. Ey, auf korrekt. Locker fünf Teams. Ich geh rein. Okay, let's go, Leute. Let's go. Wir sind unten. Da unten liegt eine Shotgun. Gönn dir die. Ich geh direkt zur Kiste. Ja. Ich geh direkt zur Chess. Ich hab zwar nur eine Pistol, aber ist egal. Okay, ich def dich. Okay, easy, easy, easy. Bau ein bisschen was ab. Wir brauchen Metz, Metz, Metz. Okay, ich hab genug. Ich hab genug, komm. Dann, warte. Shotgun und... Oh, scheiße, Digga. Kanayarak. Klatschen? Oder ja. Okay, nice, 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 nice. Komm. Okay, du hast mich. Nice. Dann jetzt. Vorsicht. Ich glaub, da ist jemand. Ja. Da ist jemand. Ab ihn. Und die Osten auch. Digga, du Tier. Okay, beide kommen direkt ans Bot verkleiden. Und? Rein da. Deftig. Okay, ich bin Bot. Ich bin Bot. Dann, ich geh nach oben. Und tu so, als wär nix. Ja. Okay, beweg dich wie ein Bot. Okay, da drin sind Leute, Digga. Da drin sind Leute. Warte, komm mit, komm mit. Ich mach die Tür hier auf. Okay, Tür ist offen. Tür ist offen. Nicht direkt, nicht direkt auf sie schießen. Hinter uns. Digga, ihr nehmt uns nicht ernst. Ey, die checken jetzt halt wirklich nicht, ne? Die checken sie nicht. Ey, hier ist Midas, Digga. Wenn wir jetzt anfangen zu schießen, der hopst uns komplett, ne? Ich bin halt wirklich 40 AP. Ey, hier, hier, hier. Einer hielt sich. Der holt seine Mates. Oh mein Gott. Ich kill den Mate. Ich kill ihn. Hab ihn. Oh, ich bin da. Hier oben. Du Kaspitzi. Bruh. When darkness smile, friends. I don't talk to you again. Egal Leute, neue Runde, neues Glück. So, let's go. Dreh zu. Ab. Ich hab wieder nur ne... Oh, Shotgun, Digga. Let's go. Nice. Endlich mal ne normale Waffe. Ich hab schon Mates, Bruder. Ja, dann bau, 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 Treppen. Ja, ja, Bruder, ich bin schon oben. Ach so. Ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Okay, du bist verkleidet? Ne, du bist nicht verkleidet, oder? Doch. Okay, war das bei mir grad ein Bug? Ja, jetzt. Okay, komm, wir gehen wieder hoch. Wieder offiziell oben hin. Hä, du bist wieder weg? Warum? Vielleicht nach einer gewissen Zeit. Hier, bei mir? Oh, er hat mich... Er hat mich entahnt. Ich komme. Hab ihn. Bruder, was ist los? Geh dich mit dir verkleiden, schnell. Ja, ja, ja. Erstmal wieder heilen. Äh, was sag ich? Heilen, Digga. Erstmal verkleiden. Okay, let's go. Bin wieder in der Bot. Und, let's go, der Hase. Hau, hau, hau. Äh. Hau, hau. Äh. Der Bruder, sonst weinen die uns doch. Stimmt, hä? Voll stau. Ey, lass mal in die Main Lobby gehen, oder? Oder ne, komm. Komm mal mit. Wir gehen zum Tresor. Oh, weil jeder, jeder wird ja zum Tresor wollen. Hä? Hä, warum bist du schon wieder? Äh. Äh. Komm mal her, komm mal her. Hol mir Spitze. Schnell, schnell, bleib stehen. Komm mit, komm mit, hinten rüber, hinten rüber. Da unten sind Gegner. Scheiße, da sind Gegner. Okay, komm mit, komm mit. Wir gehen zurück. Komm mit. Wir müssen uns verkleiden. Lass die unten rüber. Ja. Komm. Ich heil mich. Oh shit, die kommen, die kommen vielleicht jetzt auch genau hier rüber. Egal, komm, wir gehen uns verkleiden. Zieh durch, zieh durch. Ich mach, ich mach. Wenn wir schneller sind, können wir uns verkleiden. Bin verkleidet. Ich komm. Okay, und lass wieder oben. Weil wenn wir unten rumlaufen, ist es zu auffällig, weißt du? Boah, wir könnten eigentlich abwarten, bis wir den Heli wollen. Übel gut. Schieße dich ab. Nein, die sind hier. Nein, nein, nein. Die machen nichts. Die kämpfen gerade gegenseitig. Ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Oh, ich hab ne Minigang. Ich guck so und langsam rüber. Die sind im Tresor. Dann. Rein da, oder? Warte, warte, wollen wir warten, muss ich rausgehen? Oh, oh. Der weiß schon, dass wir hier sind, Digga. Ja, da habt ihr Schuss bekommen. Okay, warte. Oh mein Gott. Niemand geht in mein Ding rein. Oh, Bruder. Oh, geh da rein. Nein. Wir haben die Mission gefällt, Digga. Wir sind die schlechtesten Bots der Welt. Noch mal. Okay, Leute. Dritter und letzter Versuch. Okay. Oh, shit, Digga. Ich hab gute Hits schon bekommen. Von einem Handlanger. Äh, schon wieder verbarg. Äh, das ist verbarg. Dinger. Okay, jetzt. Ah, jetzt ist ihr Gegner. Hat keiner gesehen. Nächste Runde. Jetzt aber, ohne Scheiß. Okay, komm. Äh, Achmed. Das gehört zum Plan. Ah, ja, Digga, genau. So, okay, Leute. Ich hab schon ne Shotgun am Start. Und wir gönnen uns die Kiste wie jedes Mal. Oh, Bruder. Let's go. Okay, ich hab für dich ne Shotgun. Ja. Kannst direkt zu mir kommen. Oh, shit. Hier sind auf jeden Fall wieder Steps. Ja, einer ist hier unten. Oh, der gönnt sich die Chess, Digga. Der gönnt sich die Chess. Bin verkleidet. Hab einen. Bumm. Hab beide, Digga. Oh, der Bobo. Was, Digga. Hallo, der Böse? Let's go. Ey, komm, Digga. Wir machen schon wieder viel zu viele Kills. Ja, Bruder. Wir müssen erst verkleidet. Hab mich verkleidet? War der Typ ganz down? Weiß ich nicht. Haben wir den gefinished? Ja, der war weg, Digga. Oh, hier. Pumpgun, Digga. Drop ich dir. Okay, komm nach oben, Digga. Komm nach oben. Aber jetzt, let's go. So, ich hab gehört, es sind auf jeden Fall noch Gegner da, Leute. Bruder, wir müssen das jetzt hier verteidigen. Komm, wir gehen hier rein. Wir suchen jetzt Midas. Weil der Plan war eigentlich echt ganz... Oh, äh. Vor allem, wir sind auch schon dumm, ne? Moin, wir gehen nur kurz hier rein. Vor allem, wir laufen mit Waffen-Skins rum. Oh. Sehen dere alle? Ja, ich glaub schon. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Rechts an uns. Aber komm, lass zurück. Geh zurück, geh zurück. Oh, der ist hier. Der denkt, ich bin ein Bot. Ja, Digga. Was ist los? Was ist los? Wupp. Boom. Ey, die haben mir das gekla... Oh mein Gott. Ey, warte. Tresorkarte liegt die genau mitten in den Raum. Okay, okay, okay. Warte. Die Leute sollen ruhig denken, sie können den Tresor noch holen. Und jetzt machen wir... Wir gehen einfach zum Tresor. Komm mit. Das Ding ist, wir sind ja sogar in der Zone. Das ist eigentlich echt nur warten, Digga. Lass hier einfach nur chillen. Lass hier einfach nur chillen. Oh, äh. Guck nicht nach links, Digga. Da ist Habibi. Äh, Habibi, was geht? Moin, Bruder. Egal, nicht angucken, nicht angucken. Bisschen Regen. Oh, da oben sind auch noch Leute. Okay, wir müssen aufpassen. Okay, dann lass hier wirklich jetzt einfach warten, als werden wir... Äh, äh, äh. Äh, Bruder. Digga, ich muss mich wieder neu verkleiden. Okay, töte da unten mal alle. Hä, warum? Ja, weil du zu nah an den reingegangen bist. Das killt dann vielleicht den zuerst, weißt du? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, der lässt doch nicht gut sein, Digga. Der knallt die ganze Zeit weit auf dich. Bruder, beruhig dich mal. Oh, da oben ist noch einer. Ist das ein Bot? Oder ist das ein Spieler? Das ist ein Bot, oder? Ja, es ist ein Bot. Leise? Und nicht zu nah an den Typen. Geh, 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 geh. Du bist so dumm. Nein. Egal, du bist noch ein Bot, Digga. Er hat mich gesehen, aber er weiß nicht, dass ich... Er sieht mich. Komm. Er denkt, ich bin ein Bot. Er denkt, ich bin ein Bot. Er hat mich nicht abgeschossen. Er ist über dir. Ich komm. Warte, ich leg die Karte mal ein bisschen näher. Okay, komm, komm, komm. Geh du zuerst. Wenn wir zusammen gehen, der rafft das. Okay, okay, okay. Go, der ist da oben. Der ist direkt da oben, Digga. Er ist da. Er rafft es nicht, Digga. Oh mein Gott, er schießt. Bitte nicht. Bitte nicht. Er sieht mich nicht. Er schießt sich ab dich. Kill ihn, kill ihn, Lukas, kill ihn. Lukas, schießt er mich. Ich guck dir ja schon noch besser zu. Digga, der hält sich genauso. Ich bin auf dem Weg. Das Ding ist, ich will ja fighten, aber... Er wird angeschossen. Digga, ich muss zum Tresor. Der hat jetzt die Karte gefunden. 100%. Ja, hat der auch. 100.000% hat er die gefunden jetzt. Okay, die fetzen sich oben. Chill, chill, chill. Nein. Agent Kidmeich. Ja. Ich glaub, die Mission ist fehlgeschlagen, Bruder. Glaubst du? Wir haben es nicht geschafft, uns als Bots auszuge... Wobei, wir haben es eigentlich schon geschafft, aber wir haben es nicht geschafft, der Agency zu verteidigen. Das liegt vielleicht daran, dass sich unser Spielverhalten auf den Namen Bot angepasst hat. Das war der Grund. Wir wollten halt realistisch sein. Ja, wir wollten halt realistisch sein, Leute. Wollten halt auch dementsprechend wie Bots spielen. Und deswegen hat es halt leider nicht hingehauen, Leute. Aber ich würde mal sagen, wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Was ich noch ganz kurz loswerden wollte, für diese ganzen kleinen Picos, die mir in die Kommentare schreiben, das habt ihr von Wallaby geklaut. Leute, super viele YouTuber machen momentan diese Videos, sich als Bot oder als Boss auszugeben. Aber das hat nicht irgendein Deutscher erfunden, sondern Leute aus Amerika. Das gab es in Amerika. Das haben die schon vor Monaten gemacht. Ich fand nur die Idee einfach mega cool und wollte das Ganze mal ausprobieren. Deswegen haben wir das auch gemacht. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht geklaut oder irgendwas. Sorry, Patentamt. Aber ja, Leute, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, Wir lauern nicht lang, tu mal rum. Ich beende jetzt mein Video. Schaut gerne bei KidMail vorbei, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann haut da rein. Und ja, wir werden nie wieder Bot sein. Tschüss.